Hallo, mein Name ist Marc Schleip-Ramaldi und ich bin von der John F. Kennedy Schule und ich bin heute hier mit... Ja, Leonard Sandow. Wir sind beide 19 Jahre alt und führen jetzt ein Interview mit Herrn Minister Schäuble und freuen uns auf die Ergebnisse. Herr Minister Schäuble, wie haben Sie persönlich den 9. November 1989 erlebt? Herr, das weiß ich ganz genau. Jedenfalls den Abend, als die Meldung kam, dass die Mauer öffnet. Wir hatten in jener Zeit, ich war Innenminister gewesen, einen starken Zustrom von Übersiedlern aus der DDR. Über Prag, über Budapest und die Unterbringung dieser Menschen war ein großes Problem. Und wir hatten eine Besprechung im Kanzleramt mit dem Chef des Kanzleramts, das war Rudolf Seiders, und dem Innenminister, das war ich, mit den Fraktionsvorsitzenden der Bundestagsfraktion, der Kollege Hans-Jochen Vogel von der SPD, Alfred Drecker, CDU, CSU-Fraktion, Wolfgang Mischnick, FDP-Fraktion. Und es ging um Fragen mit der Unterbringung dieser vielen Übersiedler. Und in diese Besprechung hinein, im Kanzleramt, im sogenannten Schmid-Rott-Luft-Zimmer, ich weiß das deswegen, weil ich bis Frühjahr 1989 Chef des Kanzleramts gewesen war und erst ein halbes Jahr vorher Innenminister ins Innenministerium gewechselt bin, in diese Besprechung hinein kam Eduard Ackermann, das war der Pressesprecher von Helmut Kohl, der gerade in dieser Woche seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, Zweite Zeitung, mit der Meldung Kohl selber, der Kanzler war in Polen auf einem Besuch, und er sagte, ja, es gibt hier Agenturmeldungen, dass heute Abend die Mauer aufgeht. Und dann habe ich so im Spaß gesagt, hören Sie mal, Herr Ackermann, in der Zeit, als ich hier noch Chef des Kanzleramtes war, da war Alkohol während der Dienstzeit verboten. Das heißt, ich wollte sagen, das kann nicht wahr sein. Wir wussten zwar, irgendwas wird passieren, aber dass die Mauer aufgeht, das war so unvorstellbar, so wie wir alle dann reagiert haben. Und man konnte sich, ich meine, da ich mich nun lange, als Chef des Kanzleramtes war ich für die Beziehung zur DDR zuständig, der Bundesregierung, ich hatte schon die Vorstellung, wenn die Mauer auf ist, wird es mit der DDR schnell zu Ende sein, wie es ja dann auch so gekommen ist. Wir haben dann gesagt, jetzt was machen wir. Und dann war klar, wir müssen in den Bundestag, da war Bundestagsdebatte, Haushaltsdebatte, der Bundestag muss seine Sitzung unterbrechen. Dann hat man gesagt, der Chef des Kanzleramtes soll eine kurze Erklärung abgeben und dann werden die Fraktionsvorsitzenden jeder kurz eine Erklärung abgeben. Das war die berühmte Sitzung, wo dann zum Schluss, es war sehr improvisiert, aber es war trotzdem ungeheuer bewegend natürlich. Dann sind am Ende dieser kurzen Sitzung einige Abgeordnete aus der CDU-CSU-Fraktion aufgestanden, haben spontan angefangen, das Deutschlandlied zu singen. Dann haben sich zögert, fast alle angeschlossen, ein paar von den Grünen haben den Saal verlassen, aus Protest, auch Unsinn. Aber jedenfalls, und dann haben viele geweint vor Rührung, denn das muss man auch natürlich verstehen, Jahrzehnte der Teilung oder diejenigen, die noch, die Kriegsgeneration, ich bin nicht gut, der Trecker, Trecker war Soldat im Krieg gewesen, für die war das so unglaublich. Und insofern war das vielleicht der bewegendste Moment. Und so war es ja dann für die vielen Menschen in Berlin. Die Jungen sind alle gleich nach Berlin gerannt, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, in Berlin wird jetzt, da ist was los und da muss man dabei sein. Was ja auch ein richtiges Gefühl war, dann kam dieses Wochenende. Und wenn ich das gleich hinzufüge, an dem Wochenende, das war mir auch klar, da würde in Deutschland ziemlich viel los sein, weil es war klar, die werden alle aus der DDR zu Besuch in den Westen kommen. Damals gab es ja noch, man musste ja auch helfen, da gab es zum Beispiel Begrüßungsgeld unter dem Markt, damit es überhaupt leben konnte mit dem Markt der DDR, und wir haben dann den ganzen Freitag über uns den Kopf zerbrochen, wie können wir organisieren, dass das am Wochenende alles gut funktioniert, Ladenöffnungszeiten und was weiß ich, wo wir überall Begrüßungsgeld auszahlen, Mischung, die Kammerhalle mit Trabis, die Trabis fuhren Mischung, aber auf der Autobahntankstelle kriegst du keine Mischung. Also dafür sorgen, dass an den Autobahntankstellen Mischung für Zweitakter getankt werden konnte und alles solche Dinge. Es hat am Ende ja wunderbar geklappt. Dieses Wochenende war ein tolles Fest der Deutschen und alle haben sich wohlgefühlt. Keiner hat gemault, dass Staus waren oder so, war reine Freundin. Hätten Sie im Herbst dieses Jahres 1989 damit gerechnet, dass es binnen eines Jahres zur Wiedervereinigung kommen würde? Also ich hatte irgendwie schon das Gefühl, wenn die Mauer auf ist, wird es mit der DDR nicht mehr lange sein. Weil das war mir klar, die DDR lebte ja davon, konnte überhaupt nicht existieren, deswegen hat sie ja die Mauer gebraucht. Die Frage war natürlich, was wird die Sowjetunion machen. Aber als sich eben gezeigt hat, dass die Sowjetunion, dass es dabei blieb, dass Gorbatschow ja entschieden hat, er hat ja auch die Presenheft-Doktrin aufgegeben, er wird nicht militärische Mittel einsetzen, um den Sowjetblock zusammenzuhalten. Und als sich das klar abgezeichnet hat, da habe ich in der Tat schon vor Weihnachten gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir nächstes Jahr noch, 1990 war Bundestagswahl, ob wir den Bundestag noch in der alten Bundesrepublik wählen werden. Also da habe ich schon geahnt, das kann so schnell gehen. Da war ich aber einer der Frühen, das muss ich hinzufügen. Und bin auch ein bisschen dafür gerügt worden, das war ein bisschen voreilig. Ich musste aber gleich die Vorbereitung treffen, denn ich musste ja dann hinterher als Innenminister dafür sorgen, dass es auch funktioniert. Das hat ja ganz kurz funktioniert. Würden Sie sagen, dass es vor 20 Jahren einfacher war, Innenminister zu sein als heutzutage? Anders. Einfacher, auch in Zeiten der deutschen Teilung war es auch nicht einfach. Und der Übergang, der Vertrag zur deutschen Einheit, das alles zu organisieren und dafür zu sorgen, dass es einigermaßen funktioniert, es war ganz anders. Erst heute haben wir eben viel mehr Verpflichtungen im europäischen Bereich. Ich muss heute viel mehr in meiner Zeit als Innenminister mit internationalen Terminen, in europäischen Reden, mit Begegnungen, mit Telefonaten, mit Treffen zu tun. Ein Drittel meiner Zeit ist in der Zusammenarbeit mit anderen Ländern, Staaten gewidmet. Und damals war es auch ganz unvorstellbar, dass beispielsweise Polizisten in einem anderen Land tätig geworden wären. Heute, wo wir in Europa ja Grenzen gar nicht mehr kontrollieren, zwischen Helsinki und Lissabon kann man reisen, ohne an einer einzigen Grenze kontrolliert werden, muss die Polizei natürlich anders zusammenarbeiten. Deswegen haben deutsche Polizisten zu Hunderten bei der Europafußballmeisterschaft in Österreich und der Schweiz als Polizisten gearbeitet. Und dass die Österreicher so etwas akzeptieren, das hätte man sich vor 20 Jahren auch nicht vorstellen können. Deutsche Polizei hätte sich auch nicht vorstellen können vor 20 Jahren, dass bei der Fußball-Webmeisterschaft hunderte von Polizisten aus allen europäischen Ländern in ihren eigenen Uniformen in Deutschland Dienst getan haben. Also wir sind sehr europäisch geworden. Das ist gut. Danke schön.